Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Bergungskreuzer Möwe, Deutschland unter Wasser von Fate. Und das Ganze ist herausgegeben vom Urweck Verlag. Viel Spaß. Zunächst vorneweg, ich habe im Vorfeld zu dieser Rezension mit André gesprochen von der Fate-Redaktion. Und er sagte mir, dass ich Bergungskreuzer Möwe nicht allzu ernst nehmen sollte und hier mit einer Portion Augenzwinkern das ganze Buch lesen soll. Und dann funktioniert das auch. Wenn man dieses Buch ernst nimmt, man sollte es einfach nicht tun. Man sollte dieses Buch nicht ernst nehmen. Ein paar schöne Szenarien sind drin und die Idee ist super. Er hat mich auch richtig angesprochen, als ich dann davon gelesen habe, über dieses Buch, habe ich dann auch gesagt, ich will das mal haben. Ich will da mal reinlesen und war dann während des Lesens ein bisschen verwirrt und musste dann eben nochmal Rücksprache halten mit André. Dazu dann allerdings gleich mehr. Ja, wir beginnen auch direkt in dem Jahre 1909 mit dem Einstieg, wo die Außerirdischen, wo auch immer sie herkamen, angegriffen haben. Und zwar, indem sie die Polarkappen abgeschmolzen haben. Rein rechnerisch würde der Meeresspiegel um 6 Meter wohl steigen. Hier sind es dann einfach 70 Jahre später, 125 Meter. Sodass wir dann, naja, mit diesem Ausgangssetting 1909 haben dann die beiden Weltkriege einfach nicht stattgefunden. 1914 und 1939. Die waren dann ja eigentlich hinterher. Hier haben sie eigentlich gar nicht stattgefunden, weil man sich um diese Aliens kümmern musste. Und ja, jetzt nach 70 Jahren haben sich die Welten, die Regierungen haben sich da so ein bisschen drauf angepasst. Und ja, man muss sich einfach damit, man muss einfach damit leben, dass jetzt der Wasserspiegel so sehr stark gestiegen ist. Es gibt auch noch eine Karte von Europa, beziehungsweise von Nordeuropa, die ich dann hier einfach mal einblenden kann. Die ist auch mitten im Buch zu finden. Ich greife aber hier schon mal vor und zeige euch einfach mal diese Karte, damit ihr wisst, wovon ich rede. Die Aliens haben angegriffen. Das UFO wurde dann mit Hilfe der Deutschen abgeschossen und ist versunken, sodass jetzt prinzipiell noch dieses UFO auf dem Meeresgrund gefunden werden könnte. Allerdings gibt es eben auch noch ein paar Trümmerteile, die jetzt dafür sorgen, dass auch die Tierwelt, die dort unten lebt, beeinflusst wird. Haie werden gefährlicher, größer und was da eben noch alles dann Zeug unten ist. Alles wird irgendwie verändert. Aber das einfach mal zu diesem Ausgangsszenario von Bergungskreuzer Möwe. Das Ganze ist für Fade geschrieben und das bedeutet, dass eben auch Regionen oder Objekte einen Aspekt bekommen können. Und das ist in diesem Fall der weltumspannende Aspekt, unvorhersehbare See. Was man daraus macht, ist dann dem Spielleiter selbst überlassen. Das kann man dann reizen, das kann man mit Fade punkten, kann man diesen Aspekt dann eben für sich selbst benutzen. Unvorhersehbar, kann natürlich negativ als auch positiv sein. Und das ist ganz interessant. Es geht dann natürlich darum, dass man in dieser Abenteuerwelt mit seiner Bergungskreuzer Möwe nach draußen fährt. Ob das ein Schiff ist oder ein U-Boot, das entscheiden die Spieler dann auch nochmal mit sich selber. Kann dann festgelegt werden. Man spielt dann Besatzungsmitglieder. Aber ganz generell geht es jetzt eben darum, dass diese See erkundet werden muss. Ja, natürlich wird auch Deutschland beschrieben. Im Vorfeld, es gibt noch ein paar neue Aspekte, die dann technischer Natur sind. So dass alle irgendwie Treibstoff brauchen, damit sie ihre Schiffe dann motorisieren können. Oder politische Aspekte, auch das wäre möglich, dann hier zu reizen. Ja, je nachdem, wo man sich dann aufhält und wie einem das gerade lieb und recht ist, könnte man dann hier eben auch noch die technischen oder die politischen Aspekte reizen. Die neue Grenze von Deutschland wird dann eben auf der Karte eingezeichnet. Das kann man erkennen. Bielefeld, eine Stadt, die eigentlich gar nicht existieren sollte, wo ein schwarzes Loch liegen sollte, ist dann einer der größten Häfen. Dresden hat einen Fjord. Naumburg wird hier erwähnt. Und ich muss gerade überlegen, München. München, was natürlich weit im Süden liegt, ist die neue Hauptstadt. Da ist das Wasser noch nicht hingekommen. Und da regiert dann immer noch der Kaiser bzw. die Kaiserin. Denn, naja, wenn wir im Jahre 1909 gestartet haben, dann wird es damals eben noch ein Kaiserreich gegeben haben. Und dementsprechend sind diese politischen Strukturen erhalten geblieben. Es gibt keinen Kanzler oder so etwas. An dieser Stelle des Buches wird das dann jetzt zum ersten Mal so ein bisschen palpig. Da kann ich auch ein bisschen schmunzeln. Es ist zwar so, dass der Ozean mit Chemikalien und Ölrückständen verpestet wird. Alle Abfälle werden ins Meer geleitet. Und es wird auch unglaublich viel gefischt. Aber da passiert irgendwie nichts. Das steht hier auch drin. Die Wasserqualität ist hervorragend. Niemand weiß genau, warum das so ist. Also kippt einfach alles rein. Das ist halt komplett palpig in meinen Augen. Also zumindest fängt es hier eben an, dass man da schon den ersten Hauch von Ironie lesen kann. Und man kann so viel fischen, wie man möchte. Es wird nicht weniger. Es ist eher auf einem Rekord hoch. Und man weiß nicht genau, wieso das so ist. Das gleiche gilt auch für Waler. Also man muss sich hier keine Sorgen machen. Das Wasser mit dem angestiegenen Meeresspiegel. Die Fische fühlen sich pudelwohl. Und da ist immer für Nachwuchs gesorgt. Ja, dann kann man sich eben noch einmal festlegen, wenn wir auf einem Bergungskreuzer spielen. Wie soll der aussehen? Das ist jetzt ein Riss durch dieses Schiff. Man kann aber auch jedes andere Schiff nehmen. Denn Kreuzer, Bergungskreuzer ist hier sehr beliebig. Das kann ein schwaches Kriegsschiff sein. Das kann aber auch ein U-Boot sein. Das können verschiedene andere Dinge sein. Das, was ich haben möchte, könnte ich mir dann eben dazu organisieren. Und das hier wäre ein Beispiel für ein solches Schiff, mit dem man dann eben auf Tauchstationen gehen kann. Ihr könnt das dann eben unten auf der linken Seite erkennen. Da ist dann so ein kleines U-Boot noch. Dann haben wir vorne, haben wir ein paar Geschütztürme, mit denen man dann sich eben gegen Piraten verteidigen kann. Das ist so ein bisschen, kann irgendwie alles, aber nichts richtig. Und man könnte dann natürlich eben auch komplett auf Piratenjagd gehen, indem man dann mehr Geschütze nimmt. Man könnte dann überhaupt gerne Geschütze nehmen, indem man dann sich weiter auf die Forschung konzentriert. Oder man macht einfach ein Fischerboot draus, indem man dann einfach große Wale oder sowas angelt. Beziehungsweise irgendwelche anderen Fische und die dann verkaufen. Natürlich passieren dann auch irgendwelche Dinge auf Boa See. Geht ja darum, dass wir ja da eine Geschichte erzählen. Aber ganz generell, wie dieser Kreuz aussieht, das entscheiden die Spieler zusammen mit dem Spielleiter. Ja, man darf sich dann natürlich auch noch einen Hafen aussuchen. Und von da aus geht es dann los. Es gibt ein paar angepasste Regeln an das Fade-Core-Setting. Man kann es natürlich auch mit Turbofade spielen. Das ist dann auch hier euch überlassen. Aber es gibt ja hier, wie gesagt, noch ein paar Anpassungen. Hier unter anderem auch der Kampf zur See, wie sich das dann eben abspielen könnte. Es gibt auch noch Anpassungen für das Wetter, wenn dann die hohe See eben ins Spiel kommt. Und je nachdem, wie weit man noch am Hafen ist oder wie weit man rausgefahren ist, um dann UFO-Trümmerteile zu bergen, kann das natürlich schon mal relativ gefährlich werden. Vor allem, wenn dann eben zusätzlich zu hohen See eben auch Piraten angreifen oder anderes Gesuchs. Ja, es werden auch noch weitere Schiffe vorgestellt. Hier dann das Kriegsschiff. Kann man hier sehen, wie die Stunts sind. Und jedes Schiff hat dann quasi wie ein eigener NPC oder wie ein Spielercharakter, bekommen die Objekte dann Aspekte. Sie bekommen Fertigkeiten, die sie gut oder weniger gut können. Und sie bekommen eigene Stunts. Sie haben ein eigenes Stresslevel für den Rumpf und auch für die Mannschaft, dass das Schiff dann eben untergeht oder die Mannschaft weggebombt wird. Und das finde ich ziemlich cool, dass man nicht nur dann eben die Spielercharaktere so generiert, sondern eben auch die Schiffe, mit denen man unterwegs ist. Und es fühlt sich dann, glaube ich, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich glaube, es könnte sich dann sehr, sehr heimisch anfühlen, wenn man dann eben mit so einem Kriegsschiff loszieht. Wenn man das ausrüstet, eigene Stunts entwickelt. Man kann jetzt eben auf das hier zurückgreifen. Man kann sich aber auch einen eigenen Bergungskreuzer entwickeln. Dass man dann eben auch diese Schiffsfertigkeiten noch einmal selbst bestimmen kann. Das fühlt sich sehr, sehr interessant an. Ja, ich hatte es eben schon angesprochen, man kann auch U-Boote benutzen, beziehungsweise den ganzen Kreuzer als Unterseetransporter klassifizieren. Ich glaube, auch das wird sehr interessant, weil dann die Piratenkämpfe an Deck sich ganz anders gestalten. Da müsste man sich eben noch überlegen, wie das dann eben passieren könnte. Man könnte natürlich auch selber Piraten sein, wenn das dann mit dem Spielleiter vereinbar wäre, dass man andere Schiffe überfällt. Hauptsache, man erlebt ein paar Abenteuer und kann so ein bisschen die Narration hochleben lassen. Ja, viele Zeichnungen auch noch, die sind alle in diesem Stil gehalten. Hier muss auch gar keine Farbe rein, finde ich. Klar, das Buch ist irgendwie da in Farbe, wo es sinnig ist. Könnt ihr dann eben an diesem Grün hier sehen. Aber ich finde, diese Zeichnungen haben auch gar keine Farbe. Ja, muss man gar nicht machen. Man könnte die Sachen jetzt eben noch einmal kopieren, als Handout ausgeben. Und vielleicht auch von den Spielern anmalen lassen. Das würde natürlich auch gehen. Finde ich zumindest ziemlich cool, die Idee. Und ob man das dann irgendwie gelb anstreicht mit dem Yellow Submarine oder ob man das blau macht oder irgendwie anders ausmalt. Ja, das ist dann euch überlassen. Zusätzlich zu einer Zufallstabelle, wo man dann auswürfeln könnte, was gerade passiert. Das ist natürlich auch wieder abhängig vom Wetter, abhängig von der Lage des Schiffes, wo man dann eben jetzt sich diese Tabelle zu Herzen nehmen könnte. Gibt es auch mehrere Abenteuerszenarien, die hier vorgeschlagen werden. Und das ist der Punkt, wo ich sage, lest das mit dem Augenzwinkern. Denn, ja, Deutschland hat, wie gesagt, dieses UFO abgeschossen, hat damit die Welt gerettet und stellt die Weltpolizei, wenn ich jetzt mal so sagen möchte, durch den angestiegenen Meeresspiegel. Ist dann die Niederlande bzw. Holland untergegangen. Und, naja, die Dänen, das ist so ein Augenzwinkern wieder, dass die Deutschen und die Dänen sich ziemlich gut verstehen. Und die werden hier wohl als, ja, als Gebärmaschinen benutzt, die Dänen, sodass man hier sie wohl entführt hat. Die sind verschwunden. Und die Aufgabe der Besatzung der Bergungskreuzer Möwe ist jetzt, dass man diese dänischen Frauen wiederfindet. Die sind dann aber schon schwanger durch diesen bösen Professor, der hier diese Frauen entführt hat. Und wollte dann eben, dass die Dänen nicht aussterben. Und hat dann eben dementsprechend sie geschwängert. Das ist schon krass. Aber, wie gesagt, ihr müsst es dann eben unter dem Aspekt eines Pulp-Settings lesen. Und dann könnte es vielleicht ganz lustig sein. Das ist aber auch nur ein Abenteuer-Vorschlag, der hier gebracht wird. Und wenn euch das eben nicht interessiert oder wenn euch das zu seltsam erscheint, dann lasst es halt weg. Ja, es gibt auch natürlich noch weitere Setting-Ideen, die dann der Spielleiter ausgestalten kann. Ganz besonders interessant finde ich zum Beispiel die Bohrinsel 5. Da kann man sie dann eben auch im Hintergrund noch sehen, wenn es dann heißt, eine Bohrinsel, was auch immer die da gebohrt haben. Ob das jetzt Öl ist oder irgendwas anderes. Ja, sie ist einfach, der Kontakt ist abgebrochen und man muss jetzt nachgucken, was dort passiert. Ob man da dann die Aliens mit reinbringt und irgendwelche Quallenwesen, Quallenmenschen oder ob das Piratenüberfall ist. Das kann ja selbst noch einmal von dem Spielleiter dann bestimmt werden. Aber ganz generell die Idee mit einer Bohrinsel finde ich ziemlich cool. Und da werde ich dann auch mal was zu erzählen. Zwar nicht mit Bergungskreuz am Möwe, aber mit Cthulhu. Ja, es werden natürlich auch noch die NSCs und die Monster dargestellt, gegen die man hier kämpfen kann. Ja, die Haie haben sich verändert, sind vielleicht ein bisschen größer geworden als normal. Hat wieder was mit den Aliens zu tun. Was mit denen selber in diesem Buch passiert, das wird ja auch nochmal beschrieben. Wen das interessiert, was da nochmal gemacht werden kann mit den Aliens, der müsste sich das eben hier nochmal durchlesen. Aber im Rahmen dieser Rezension belasse ich es dann eben bei diesem Antisern. Ja, aber wie gesagt, Haie von verschiedener Größe, Quallenwesen, Quallenmenschen. Eben hier auch wieder ein Alien-Aspekt. Auch das wird alles hier verwurstet. Ja, es folgt noch ein Anhang, eine Hitliste mit Liedern, die 1982, also damals, gespielt hätten werden können. Denn, wie gesagt, das Setting Bergungskreuzer Möwe spielt ja in der Vergangenheit 1982 in einer alternativen Realität. Und dementsprechend hat man sich einfach mal so angesehen, oder die Fate-Redaktion hat das hier getan. Was war denn 1982 so alles eine Hitliste? Was war alles so im Radio? Und hat dann teilweise auch ein paar Lieder dann so verändert, dass man sie erkennt. Aber sie haben einen deutlichen Meeresbezug. Und zum Abschluss noch einmal Seemann-Sprache, damit man die eben stile echt benutzen kann. Damit man weiß, was man rufen muss, wenn der Wind dreht und das Segel von der einen zur anderen Seite rüber zieht. Ja, was genau sind die drei Schwestern? Was ist ein Eisbär? Beziehungsweise, wofür steht dieser Spitzname? Und ja, kann man sich hier natürlich nochmal anlesen, was diese Seemann-Sprache alles soll. Rundum finde ich dieses Buch damit gut abgeschlossen. Wenn man möchte, gibt es ganz hinten noch ein paar vorgefertigte Charaktere. Das ist jetzt hier nur das Bild. Daneben, davor, dahinter gibt es natürlich dann auch noch die spielbaren Werte, wenn man einfach sofort loslegen will. Das wäre also auch möglich. Wer also hier den Kapitän Marlene Lillivilla spielen will mit der Mannschaft, der wird hier sicherlich seinen Spaß haben. Alternativ natürlich eben auch selber bauen. Kommen wir zur Bewertung, Zeichnung und Layout. Hier bin ich eigentlich zufrieden. Es ist sehr schlicht gehalten, muss ich sagen. Gerade wenn ich mir auch andere Fade-Szenarien angesehen habe. Die anderen haben da durchaus mehr mit ihrer Zeichnung gemacht, mit dem Layout. Hier ist es sehr schlicht. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Wer hier mehr möchte, könnte sich sicherlich durch andere Bilder im Internet inspirieren lassen. Aber ich finde das reich. Das ist in Ordnung. Und ich gebe hier drei von vier Punkten. Das sollte eigentlich gar nicht so sehr schlecht sein. Ich habe lieber wenige gute Bilder, als dann viele, die dann vielleicht nicht so gut sind. Und die können dann eben auch gerne schwarz-weiß sein. Das ist bei meinem Sturm ja eben auch so. Redaktionsstruktur. Hier habe ich eigentlich gar nichts zu meckern. Die Struktur gefällt mir. Zuerst wird die Welt vorgestellt und was so passiert ist. Dann wird Deutschland vorgestellt, wie sich so verändert hat. Und dann eben auch die neu angepassten Regeln von FateCore. Wie funktioniert das jetzt mit diesem Schiff? Beispielschiffe, die gegeben worden sind. Dann werden natürlich noch ein paar Abenteuer oder Abenteuervorschläge präsentiert, die man ausgestalten kann. Es gibt einige NPCs, die hier mit Werten vorgeschlagen werden, damit man eben ungefähr ganz grob weiß, wie sowas aussehen könnte. Ja, und ganz zum Schluss eben noch die Anhänge. Das ist völlig in Ordnung. Vier von vier Punkten, da habe ich nichts zu meckern. Bonuspunkte. Sieben von acht. Warum sieben von acht? Ja, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt. Ich hatte es beim ersten Durchlesen mit viel Skepsis betrachtet und beim zweiten mit einem Lachen. Einfach weil mir dann dieses Palpige am Anfang nicht ganz klar war. Wie hat das jetzt der Redakteur gemeint? Für wen Palp nichts ist, der sollte es vielleicht liegen lassen oder der sollte vielleicht die Abenteuer ein bisschen anpassen oder das Szenario. Das könnte man sich dann eben selbst überlegen. So wie es jetzt hier drin steht, ist es palpig. Ich selber mag das Szenario, dass man jetzt in einem überfluteten Deutschland spielt, beziehungsweise ganz generell in einer überfluteten Welt. Und was man dann letztendlich daraus macht, ist dann ja einem Spielleiter selbst überlassen. So wie es jetzt hier in diesem Buch ist, gebe ich aber nur sieben von acht Punkten und sage Augenzwinkern und Spunzeln. Ja, damit sind das 14 von 16 Punkten. Und wer Fade schätzt und wer gerne solche Art von Abenteuer gerne mit ausprobiert, der sollte hier auf alle Fälle zugreifen. Ja, es folgt noch der übliche Kladderer Datsch wie Preis pro Seite und damit würde ich euch auch wieder alleine lassen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.